hallo leute hallo youtube heute wie versprochen part 2 teil 2 von meiner serie parrot annafi 4k the best of und da geht es heute an den krufterwaldsee in die rupertsklamm an die lahn zur burg werners eck im nettetal bei pleite ochtendung und ein paar kleine aufnahmen vom lachersee bei maria lach dem größten mahr in der eifel und ich habe das schätzchen ja hier in der hand die liefert wirklich ganz tolle aufnahmen und da ich ja nicht alles in 4k hochlade in den vlogs habe ich euch ja versprochen diese als best of in 4k in bester qualität hochzuladen und dann würde ich auch sagen ja viel spaß beim clip film ab und dann würde ich auch sagen ja viel spaß beim lachen und dann würde ich auch sagen ja und dann würde ich auch sagen ja viel spaß beim lachen und dann würde ich auch sagen ja und dann würde ich auch sagen ja viel spaß beim lachen und dann würde ich auch sagen ja und dann würde ich auch sagen ja viel spaß beim lachen und dann würde ich auch sagen ja und dann würde ich auch sagen ja viel spaß beim lachen und dann würde ich auch sagen ja und dann würde ich auch sagen ja viel spaß beim lachen und dann würde ich auch sagen ja leise und dann würde ich auch sagen ja viel spaß beim lachen und dann würde ich auch warnen genau the opposite und dann würde ich auch uncertain ja genau beends gut Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020